Servus Kollege, du bist gerade mit den frisch lackierten Loks der Baureihe 101 aus Oebenau angekommen und stehst nun in der Ausweiche. Nachdem du gekreuzt wurdest, sollte die Fahrt problemlos verlaufen. Dabei kannst du die Höchstgeschwindigkeiten der Strecke voll ausfahren. Und damit willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Fahrt im Zwangsbremsung-Simulator 2022 und ja, ich würde mal sagen, wir machen das, was die Aufgabeneinweisung gesagt hat und machen uns ready und schaut mal, was wir hier hinten am Haken haben. Frische 101er, alle noch schön unbenutzt und so viele Jahre ist es her. Schaut es euch an und ihr seid immer noch unterwegs heute. Cool, dann würde ich mal sagen, gehen wir an Bord, wo müssen wir den Führerstand wechseln und machen unsere 112 abfahrbereit. Dafür brauchen wir nochmal ein bisschen Luft in den Hauptluftbehälter einpressen lassen. Und können aber schon mal, ach ne, können noch nicht. Lassen wir noch kurz warten. Können aber schon mal den Stromabnehmer vorwählen. Oh, ich sehe gerade, dass unser Sound-Update für die 112 Orient-Rot gar nicht aktiv ist. Ist natürlich schade. Aber egal, dann fahren wir halt die halbe Stunde jetzt heute ohne das Sound-Update. Ist auch nicht das Problem. Genau, ich hoffe, dass es euch und euren Liebsten immer so weit gesundheitlich ganz gut geht. Und ich würde mal sagen, dann lösen wir nochmal die Handbremse. Können schon mal hier auf vorwärts. Oh, ups. LZB wollte ich noch aktivieren, aber die werden wir wahrscheinlich heute gar nicht brauchen. Genau. So. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Stromabnehmer. Gucken mal, ob er anliegt. Sehr gut. Und, ach, was ist denn das heute, dass wir hier die ganze Zeit im falschen Führerstand sind. Hauptschall, da ist drin. Ui. Boah. Was ist da für eine Garnitur uns gerade entgegengekommen ist? So. Okay, der muss warten, der Kollege. Und wir dürfen jetzt vor. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir das auch. Und da kommt die Leistung. Dann fahren wir jetzt parallel mit denen aus. Cool. Ja, und ihr müsst nichts machen. Man, jetzt sind wir wieder im falschen Führerstand. Gut, befreit haben wir uns auch. Gut. Genau, wir sind circa eine halbe Stunde unterwegs. Und falls ich das noch nicht gesagt habe, hoffe ich natürlich, dass es euch in euren Liebsten immer so weit gesundheitlich ganz gut geht. Ja, da muss die 112 ordentlich ackern hier. Und ich dachte mir, bevor das Jahr vorbei ist, fahren wir auf jeden Fall nochmal ein Ründchen auf der Kerbestrecke. Na, Mensch. Also, dann würde ich mal sagen, gehen wir hoch auf die 100. Oh, die 112 will sich ja schon ausruhen. Habt ihr gehört? Die Fahrmotorlüfter sind gerade ausgegangen. Aber ich glaube, es hackt hier. Jetzt drehen wir erstmal richtig auf. Ich möchte außerdem den Kollegen da vorne wieder einholen. Ja, jetzt steht er ja eh. Sehr gut. Voll dem äckeren Überholgleis. Da müssen wir mal stoppen in 60 Kilometern. Ja, jetzt geht's. So, hallo Kollege, da müssen wir mal kurz ein nices Thumbnail machen, wartet mal, bringen wir da irgendwas hin, ich mach mal kurz hier eins, ah, schade wegen den Signalen, aber egal. Boah, guck mal, wie leise die sind hier, ist das da hinten Amazon 101 gewesen, ne, ne, das sah aus wie so ein Amazon Ding, ah, 80 ab hier, interessant, oh, das ist jetzt sehr blöd, wenn ich ehrlich bin, dass hier 60 angekündigt sind, so. So, dann müssen wir mal nochmal ganz kurz das Gleis wechseln und dann gleich, dann dürfen wir hoch auf die 160, das klingt mir so, als ob wir gerade einen anderen Zug hören würden, ne, anscheinend nicht, so, 60 ab hier, einmal hier über dieses, über diese scharfe Weiche rauf, sehr gut, ach, die machen gar keine Geräusche, alles klar. Nicht mal ein bisschen. So, aus dem weichen Bereich seid ihr noch nicht raus, ne? Ne. Gut, dann würde ich mal sagen, Leistung kommt zurück. Doch nicht, müssen wir nochmal. Jetzt aber. Und los geht's. Einmal rauf auf die 160 bitte. Grüßen wir mal den Kollegen hier. Hallo. Und jetzt eine Orientrouten 120. Ja, man merkt, die 112, die muss hier ordentlich ballern, ne? Also, ganz so locker, flockig geht es von der Hand hier nicht, Leute. Endlich wird immer ein bisschen gefordert hier. Und nicht immer nur so lieblich ausgefahren mit irgendwelchen LEs. Und nicht immer so lieblich. 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 Ah, 80. Ganz blöd. Ich wollte eigentlich warten, bis die Dings durch sind. Bis die Fahrstufen runter sind, aber ich glaube, es endet sonst in der Zwangse. Ja, knapp noch gerettet. Uiuiui. Wirklich, was ich hier wieder für Sachen mache. 80 ab hier. Damit wir durch Brenz kommen. Jetzt konnten wir die blöden 160 noch nicht einmal ausfahren, wirklich. So. Okay. 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 So, danach aber hoffentlich. Gut, damit haben wir jetzt auch Brenz verlassen. Und können gleich auf unsere 160 hoch. Schalte ich schon mal hier die Leistung auf und nach dem weichen Bereich. Können wir hier oben schönes Spotting machen? Ja, können man. Können man, sehr gut. Ja, können wir hier oben sehen. Und da vorne kommt schon wieder 120, dann stelle ich mal gleich hier die 120 ein. Mit dem Fahrregler. Das ist auch so ein Witz. Ich dachte, jetzt können wir endlich mal hier die 120 ausfahren, die 160 ausfahren. Da kommt er mir gleich wieder so hier. Wo ist denn eigentlich das Volldem-Eckern-Überholgleis? Gut, gucken. Also wir sind jetzt hier. Ist hier Volldem-Eckern? Nee. Nee. Oh, da kommt uns was entgegen. Oh, eine 120. Okay. Auch nicht Äckern. Äckerem. Äckerem. Das klingt so leicht türkisch irgendwie. Das klingt so leicht. Ja, ich muss schon sagen, die Strecke ist sehr angenehm zu fahren. Auch die Landschaft ist sehr schön. So, jetzt können wir mal schön die 160 ausfahren. Hoffentlich so lange wie es geht und dass wir sie auch mal wirklich erreichen. Ich meine, die 112 muss sie schon hochkämpfen hier mit ihren 10, 101ern hinten dran. Müsste dann irgendwann nochmal so ein größerer Bahnhof kommen? In der Kurve, ich glaube der hier ist Kerbestadt. Oh ja, hier geht es auch ein bisschen bergauf. Ich hatte letztens so eine kleine traumatische Railjetfahrt, da bin ich an den Berg nicht mehr hochgekommen. Deswegen, selbst hier bei so einem minimalen Anstieg traue ich mich gar nicht irgendwie eine Zwangsbremsung zu kassieren, weil ich dann Angst habe, dass das gar nicht mehr mit dem Anfahren klappt. Also ich bin mir sicher, ich glaube, das klappt, würde dann einfach nicht mehr gehen. Ich glaube, die 102 würde das nicht packen, zumindest im Spiel nicht. Ich glaube, in echt, mit viel Kraft und Geduld, glaube ich, und richtigem Timing, denke ich, würde das sogar gehen. Aber im Train Simulator auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt, glaube ich, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Oh, wartet mal. Können wir mal gucken, ob wir hier ein schönes Bildlein schießen können in der Kurve. Ah, das ist noch nicht so eine geile Kurve, aber wir probieren mal. Wir probieren mal, was geht. Schauen wir mal damit, dass wir es wenigstens hinter uns haben, einen Teil. Nee, ich brauche mal eine richtige Kurve. Oh je, was kommt denn da entgegen? Okay, seit 219. Ist er da um die Ecke gedieselt? Ja, da sehe ich schon 120 wieder. Ich glaube, jetzt durchfahren wir gleich Kerbestadt. 120 sind angekündigt. Ich hoffe mal, dass die bremsen auch rechtzeitig bis zum GPA. Ich helfe mal ein bisschen nach, wenn ich ehrlich bin. Da der hier schon kommt, der GPA, ne? Oh, bitte, keine Zwangse. Okay. 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 Oh, da vorne kommt diese coole Brücke. Bei unserer ersten Fahrt war ich mir gar nicht sicher, was das war. Ich dachte, das wäre irgendwie Kunst oder sowas gewesen. Das waren einfach nur Brückenmasten. Ach, cool. Kann man hier vorne betätigen. Oder ich dachte sogar hier, dass die weißen Brückenmasten, dass die irgendwie Ladetexturen wären. Also die Texturen, wenn eine Textur nicht geladen werden konnte. Diese Ersatztexture quasi, aber das war tatsächlich ein gewolltes Design. Ah, schade, dass die nicht mal ein... Oh, ob das hier nicht mal ein bisschen Geräusche machen, unsere schönen 101er. Bahn BKK. Wir gehören zur Familie. Schaut mal hier unten, dieser Bogen, der erinnert doch so ein bisschen an das Amazon-Logo. So, rüber einmal über den GPA. Vielleicht habe ich jetzt hier die Chance auf ein gutes Foto. Also, glaube ich, hier unten. Weißt du irgendwie, da wie es das Mitchell Hammer Island geht. Das ist wun. Und jetzt ist diese Frau im Weg, ey. Egal, warte, dann gehen wir mal ein bisschen vor. Untertitelung des ZDF, 2020 So, 100 ab hier weiterhin. Ui, ganz ruhig, bin noch da. So. So. So, wie geht es denn da nach rechts? Sieht mir schön dieselig aus, die Strecke. Die Stresse wollte ich gerade sagen. Ja, aber anscheinend nur ein paar hundert Meter und dann, okay, fischte er. Der nennt das Teilstreckchen da auch schon. Das Teilstreckchen da auch schon. Oh, vielleicht hat man mich gerade gar nicht gehört. Auf jeden Fall meinte ich, da war nur 151 dran. Irgendwie komme ich heute ein bisschen zu oft auf meine Mute-Taste rauf. Also 60 sind da auch schon angekündigt. Das Teilstreckchen da auch schon. Das Teilstreckchen da auch schon. Ja, das Teilstreckchen da auch schon. Das Teilstreckchen da auch schon. Ja, ich lasse mal jetzt die E-Bremse hier bremsen. Das müsstet ihr eigentlich hinkriegen von der Zwangse. Ja, okay, alles gut. So, befreit sind wir wieder. Oh, schön, wie die sich in die Kurve legen. Nee, noch nicht. Jetzt. Ja, ich lasse mal 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 jetzt. So, dann können wir gleich nochmal hoch auf die 120 und mal kurz ein bisschen die Landschaft genossen. Ja, ich lasse mal jetzt. Ja, ich lasse mal jetzt. Auf den letzten 20 Metern. 20 Kilometern meine ich. Ja, ich lasse mal jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, und da vorne dürfen wir nochmal auf die 140 hoch, sehr gut. Oh, da links auch eine schöne Industrie. Wobei ich diese Tore eigentlich nur kenne von dem, glaube ich, HZL oder HLB-Werk da auf der Strecke Konstanz-Villing. So, was sagt das Vorsignal? Das Hauptsignal sagt Fahrt und das Vorsignal sehe ich gar nicht. Oder wir sind schon dran vorbei. Hallo Kollege. So, und so würde es aussehen, wenn wir ganz hinten drin wären. Wartet, zack. Ach ne, wir kommen gar nicht in die anderen Führerstände. Das ist uns verwehrt irgendwie vom Skript. Ich wollte eigentlich nochmal, wie ich das die letzten Fahrten auch gemacht hatte, mal so hinten aus dem Führerstand rauslunzen. Hm, 1994 gab es wohl hier im Bereich der Kerbestrecke ein Linksfahrgebot. Okay, aufí Vielen Dank. Vielen Dank. So, noch 10 Kilometer und dann, glaube ich, haben wir erstmal unseren Part der Überführung übernommen. Unerfolgreich absolviert. Sehr gut. Hier durchfahren wir jetzt Seneskirchen, glaube ich. Seneskirchen, jo. Okay. 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 So, Freunde, 8 Kilometer noch. Bin mal gespannt, was wir dann machen müssen. Ja, ist irgendwie eine coole Ehre, die zu überführen. Ich glaube, der Kollege, der das damals machen durfte, so eine ähnliche Fahrt, der hat sich bestimmt auch gefreut. Und guckt dann fast 20 Jahre, nee, über, na, oder? Naja, schon fast 30 Jahre später, dann guckt er dann runter und sagt so, ach, damals habe ich die 101er darüber gefahren und heute sind sie schon etliche Millionen Kilometer gefahren. Quer durch die Republik, bei Wind und Wetter. Wurden vor ICTs gespannt, wenn die Antriebsprobleme hatten, damit sie dann den Berg rüberkommen. Manchmal hat man sie auch alleine fahren sehen von Berlin-Grunewald über die Stadtbahn Richtung Ostbahnhof oder entgegengesetzt. Also aus Lichtenberg zum Beispiel, beziehungsweise Ostbahnhof kommt Richtung, oder Rummelsburg dann darüber über die Ecke Richtung Lichtenberg, dann Ostbahnhof und dann Richtung Grunewald oder eben nach Spandau, je nachdem wo sie gebraucht wurde. Apropos Stadtbahn, ich habe, glaube ich, an einem Freitagabend war das, vor gar nicht allzu langer Zeit, Freitagabend, so gegen 22 Uhr, war ich zufälligerweise unterwegs, grüß dich Kollege, mit dem, nee, nicht mit dem, sondern auf dem, was war das nochmal für eine Straße, auf der Straße des 17. Juni. Und dann war ich dann beim S-Bahnhof Tiergarten, ja, und unter der Brücke, da habe ich mich so nach oben geschaut und habe da gesehen, was kommt denn da, schön ist angerollt aus Richtung Ostbahnhof, Richtung Charlottenburg, also Richtung Bahnhof Charlottenburg. Und das war tatsächlich, glaube ich, also es war auf jeden Fall ein Dieseltriebfahrzeug, eine Doppeltraktion mit grauer Lackierung und roten Türen oder, ja genau, so, rote Türen. Und ich glaube, das war ein Lint 27, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und natürlich stand auch auf der ZZ Ato aus der Leerfahrt und der musste da, glaube ich, gerade halten, weil alle Gleise in Zoologischer Garten belegt waren, auch genau auf der Brücke. Und das ist dann natürlich schon nice aus wie der da abends, da einfach entspannt lang vor dem leichten Regen. So, dann 50 ab hier. Zielort erreicht, sehr schön. Oh, Mist, vergesse ich immer leider, wenn diese Abschlussform von Szenario, oder wenn diese Form des Abschlusses bei einem Szenarioende erscheint, dass dann immer direkt die, wenn man aufs Kreuz drückt, dass man dann direkt rausgeworfen wird. Schade, ich hätte gerne noch die 500-Heilz-Überwachung gesehen, beziehungsweise wäre da gerne noch reingekommen. Ach, ja, na gut, Freunde, dann würde ich an der Stelle sagen, haben wir doch auf jeden Fall was, im wahrsten Sinne des Wortes, für die Zukunft getan. Und diese 101er auf den Weg gebracht, Richtung Einsatz. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, bleibt schön gesund. Vielen Dank fürs Mitfahren heute. Und dann sind wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, vielen Dank fürs Mitfahren heute. Passt wie immer gut auf eure Kerzen auf. Und bleibt schön gesund. Ciao.